Hallo liebe Freunde des gepflegten Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zurück zu Per Aspera. Beim letzten Mal haben wir ja hier expandiert, wir haben hier expandiert und hier können wir tatsächlich mal noch weiter expandieren. Was macht denn dieses Forscher-Team hier? Okay, I don't get it. Hier gibt es wieder eine ganze Menge Chemie. Die können wir auch nutzen, um hier nochmal... Okay, erstmal noch die Kohlenstoff-Mini hier bauen. Und dann würde ich das Ganze anschließend hier unten noch, wenn wir einen Hyperloop bauen und vor allem auch noch weitere Nahrungsmittel hier produzieren. Das können wir hier übrigens auch mit der ganzen Chemie machen. So, wie sieht es hier oben aus? Die Relais-Station, brauchen wir einen Fokus. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir... Warte, den Hyperloop haben wir schon hier gebaut, also in Auftrag gegeben, das ist gut. Gut. Wie sieht es denn eigentlich... Haben wir jetzt den... Weltraumlift, Landeplatz, Eis in Bord... Warte mal, lass mich mal kurz in die Forschung schauen. Wollte ich hier nicht die... Hier, importiere Stickstoff von Titan. Setz eine Flotte von Frachtschiffen ein, um Stickstoff von Titan zu importieren. Für 10 Monate. Ähm, ja. Ach! Das machen wir schon. Ähm, da können wir sogar... Ach, guck mal. Können wir sogar noch weiter was draufklatschen. Zack. Damit haben wir das schon mal erledigt haben. Weil ich glaube, in der nächsten Stufe brauchen wir... Was ist das denn? Was so... Was... Was ist das denn? Warum ist hier alles schwarz? Das sieht auf einen so komisch aus wie ein Typ, der hier... Das ist der Kopf und hier sind die... Okay, das sieht... Ach, das ist Gras oder was? Ja, wow. Ähm, das muss man erstmal so als das erkennen. Oh mein Gott. Ähm, wir haben jetzt hier einige Bio-Kuppeln ja gebaut gehabt in der vorletzten Folge. So richtig vorwärts geht es da aber trotzdem noch nicht. Ähm, Terraforming. Wir bauen mal noch, ähm... Mal noch zwei. Wie gesagt, zur Not schalten wir die dann einfach ab. So, wie sieht es hier aus? Hier fehlt natürlich Stahl. Ah, Stahl ist da. Wird gebaut. Perfekt. Dann gucken wir jetzt mal hier auf den Wartungsradius. Ah, siehst du, wir brauchen hier sogar noch eine... Eine Wartungsanlage. Die packen wir mal dahin. Ähm, dann gibt es hier auch nochmal Strom direkt. Und eine Relaisstation. Was ist das hier? Das ist Aluminium. 1400. Und das ist Chemie mit 2800. Dann machen wir hier erstmal eine große... Chemie. Eine kleine Alu. So, Kohlenstoff. Und ach so, wenn wir die Chemie hier angeschlossen haben, dann auch bitte eine... große Nahrungsmittelfabrik. So, wir bauen... Ähm, Priorität... Nee, Straße bitte dahin. Und wir geben die Prio bitte erstmal auf die... Auf die Wartungsanlage. Als nächstes. Weil die ist wichtig. Die fehlt hier nämlich noch. So, und wir sehen ja, dass Stahl... Wobei, Stahl ist wieder ein bisschen hochgegangen. Das ist gut. So, hier. Wie ist da die Lage? Perfekt. So, dann bitte erstmal den Hyperloop hier. Okay. Und hier die Wartungsanlage. So, nochmal gucken da. Wir können hier eigentlich auch noch einen Hyperloop hinklatschen. Da so. Der braucht dann vermutlich auch nochmal Strom. Na, komm schon. Und vor allen Dingen noch mehr Relaisstationen. So, die Wartungsanlage wird gebaut. Dann bitte den Fokus auf die Relaisstation erstmal. Da wird auch die Straße schon gebaut. Das ist sehr gut. So, Sauerstoff, ja. 9 Grad haben wir. So, und Stickstoff sind wir bei 21 Prozent. Und bei einem 14-prozentigen Sauerstoffgehalt und 64 Prozent CO2. Und nur 0,2 Millibar an Treibhausgasen. Der größte Anteil an den Temperaturen macht jetzt das CO2 aus. Nee, die Treibhausgase mit 27 Grad. Krass. Hier fehlt noch einmal Aluminium und einmal Stahl. So, jetzt ist alles da. Jetzt muss es bloß noch gebaut werden. Das heißt, wir brauchen da einen Arbeiter, bitte. Hallo. Jetzt dann den Strom. Erstmal die wesentlichen Gebäude, bevor wir dann den Rest machen. So, wie sieht es hier aus? Hyperloop. Fehlt noch ein bisschen was dafür. Wir sind bei 109 Stahl. Das geht also auch vorwärts. Und hier, klar. Wieso bringt er das hier hoch? Wieso nutzt er nicht die Stra... Oh Gott. Okay, er nutzt die langsame Straßenvermögen da oben lang. Soll er es machen. Ich verstehe es auf jeden Fall nicht so richtig. So, Glas ist da. Elektronik ist da. Jetzt fehlt noch Aluminium. Und jetzt fehlt jemand, der das Ganze bauen kann. Dass die nicht immer gleich da bleiben und das bauen, das verstehe ich nicht. Dass die immer... Also nicht immer, aber häufig einfach die Ressourcen da hin liefern und dann erstmal wieder gehen. So, da wird es jetzt gebaut. So, dann Nahrungsmittelfabrik, Chemiefabrik, Hyperloop. Ähm, wir machen erstmal den Strom hier unten. Auch wenn er jetzt hier schon anfängt, die Aluminiummine bauen zu wollen. Wobei, die ist relativ easy. Das ist ja auch nur eine kleine. Genau. Dann konzentrieren wir uns da auf den Strom und dann können wir die Relaisstation machen und dann den Hyperloop, würde ich sagen. Und erst danach die anderen Minen. So, da kommt das Glas. Jetzt fehlt noch Elektronik. Da kommt Aluminium. Da kommt die Elektronik. Na komm schon. Äh, ich schaffte jetzt hier schon die Polymer zum Hyperloop. So, jetzt bau es auch bitte. So, jetzt ein Hyperloop. Und am besten auch noch ein Lager. Und erfahrungsgemäß braucht man ja hier immer noch mehr Relaisstationen. Also Relaisstationen kannst du irgendwie gefühlt nie genug haben. Okay, wie sieht es hier aus? Der Hyperloop ist immer noch nicht fertig. Hier fehlt auch noch eine Straßenverbindung. Da fehlt auch noch einiges an Ressourcen. Und unsere Nahrungsmittel gehen immer noch nach unten. Das ist krass. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, warum die Nahrungsmittel so knapp sind. Obwohl wir mittlerweile echt, also wir haben übelst viel Chemie. Wir haben steigende Wasservorräte. Gut, dann würde ich sagen, wenn der Hyperloop hier fertig ist, fokussieren wir uns erstmal auf die Chemiefabrik. Wir machen erstmal noch eine Relaisstationen und dann die Chemiefabrik. So, hier fehlt jetzt noch einmal Aluminium, einmal Elektronik, zweimal Polymer. Polymer kommt. Oh, jetzt ist alles da, außer Polymer. Da kommt das Polymer. Jetzt muss bloß jemand mal das Polymer auch da hinbringen. Und jetzt muss jemand den Hyperloop noch bauen. Seufzt. Okay, sehr gut. So, dann kommen jetzt auch schneller die Ressourcen dahin, wenn der Hyperloop fertig ist. Jetzt muss bloß noch die Verbindung gebaut werden und dann ist das easy. Dann ist das easy going. So, hier fehlt noch... Oh, ist alles da. Baust doch gleich! Warum rennst du wieder weg? Ich verstehe es nicht. Wie viele Leute haben wir mittlerweile? 3078. So, jetzt wird die... Ja, jetzt wird das gebaut. Dann geben wir jetzt den Fokus bitte auf die Chemiefabrik. Das wird eine Weile dauern. Zumal die Hyperloop-Verbindung, glaube ich, noch nicht gebaut ist. Ne, die fehlt noch. So, hier ist der Hyperloop aber fertig. Das ist super. Das heißt, wir können die Verbindung in Auftrag geben. Und wir können dann die Relais-Stationen hier pushen. Und wenn der Hyperloop dann fertig ist, können wir uns auch weiter Richtung hier unten bewegen. Aber da müssen wir erstmal das fertig bauen. Wie sieht es hier aus? Jo, das dauert jetzt. Zumal immer noch nicht die Hyperloop-Verbindung gebaut ist. Warum? Hier ist gerade rot. Hier ist auch ganz viel rot. Ja, weil diese Hyperloop-Verbindung hier völlig überlastet ist, vermutlich. Auch hier wäre es denkbar. Wartet mal. So, hier haben wir noch ein paar Relais-Stationen. Hinklatschen. Und mein Ziel ist es eigentlich, dass wir hier... ...noch einen weiteren Hyperloop hinbauen. Aber bitte vorher mal die Relais-Stationen hier fokussieren, bitte. Bevor wir da den Hyperloop irgendwie bauen. So. Hier fehlt noch ein bisschen Stahl. Die sind fertig. Dann bitte den Hyperloop hier. Witzig ist, wie er trotzdem auch noch alles rot ist, obwohl wir hier gerade zwei... Gut, die Arbeiter werden höchstwahrscheinlich schon nicht da sein. Wir sind bei 302 von 307. Ja, das dauert ein bisschen, bis die gebaut sind. Wir haben nur eine Arbeiterfabrik, aber die schafft das... Eigentlich macht die das ganz gut, muss man sagen. Jetzt fehlt hier nur noch einmal Aluminium. Na, kommt schon. Einmal Aluminium. Wo bitte? Wo ist es? Wo bleibt es? Hallo? Da kommt's. Wie sieht hier die Auslastung aus? Angeblich auch rot. Geil. Manche Sachen muss man nicht verstehen. So, dann können wir nämlich jetzt hier... Zack. Und hier konnte man uns auch ganz viele Verbindungen bauen. Wo ist der nächste Hyperloop? Ach, dass man das immer so blöd sieht. Bitte R. Da hin. Es waren aber noch mehr Verbindungen. Zu ihm. Und... Kampfdrohnen, Waffen 2. Sehr gut. Dann machen wir noch den Dimos-Kollison. Und hierhin noch den Hyperloop. So. Damit sollte das ein bisschen besser dort gehen. Da ist das alles ein bisschen besser vernetzt. Die Chemiefabrik ist fertig. Dann können wir jetzt hier die Nahrungsmittelfabrik in Auftrag geben. Und in der Zwischenzeit ist hier alles fertig gebaut. Ah, guck mal. Hier fehlt schon wieder die... ...die Wartungsanlage. Wir müssen ja ein bisschen nach Süden abbiegen. Na, das war jetzt fast ein bisschen zu viel nach Süden abgebogen. Was sind das denn für Ansichten? Was ist das denn hier? Ich habe noch gar nicht gesehen. So, Strom, Wartungsanlage... ...Stand-Manlage... Relaisstation. Hm, generell... Ach, hier ist ja auch noch eine, warte mal, da können wir ja auch noch eine Forschungsstation hinbauen. Das ist doch hier was zum Erforschen. Spirit Rover, das Ziel von MER2, auch bekannt als Spirit, war die Suche nach verschiedenen Gesteins- und Bodenarten und Hinweise auf frühere Wasseraktivitäten auf dem Mars. Der Landeplatz von Spirit wurde zu Ehren der sieben Astronauten, die bei der Katastrophe des Space Shuttles Columbia ums Leben gekommen waren. Columbia Memorial Station genannt, okay. Dann Kolonie, Forschungsaußenposten, zack. Ist das alles noch in der Reichweite? Ja, das passt. Sehr gut, dann gehen wir erstmal die Prio auf diese beiden Stationen, Relaisstationen, und das Lager bauen wir mal da hin. Ach, jetzt habe ich die Straße fertig, dann macht er mit der Straße wieder weg. Ah, das ist kacke. Jetzt müssen wir die Straße nochmal bauen. Das war schlecht von mir, das war schlecht. So, und hier, hier ist alles fertig, zumindestens da. Jetzt wird hier das Lagerzentrum gebaut, und jetzt können wir uns hier auf die beiden Relaisstationen noch konzentrieren. Und damit ist das dort auch alles perfekt. Hier könnte man auch noch eine... Oh, ich glaube, das ist zu lang, oder? Nein, das geht! Warum habe ich das noch nicht gemacht? Ultra-wichtige Verbindung! Das ist wirklich eine mega-wichtige Verbindung. So, die Relaisstationen, die gehen immer echt super schnell. Wir sind bei 9 von 311 Arbeitern. Die Frage ist, was wir jetzt fokussieren. Ich will erstmal das Lagerzentrum bitte auf Fokus setzen. Die Forschungsstationen ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und dann... Wie sieht das von den Scannern her aus? Ah, hier kann auf jeden Fall... Hier kann ein Scanner hin, hier unten kann ein Scanner hin. Ähm, Scanner kann man auch nie genug haben. So, zack. Das Strom wird auch gebaut. Sehr gut. Dann ist das Lagerzentrum auch gleich mit Strom versorgt. Und dann können wir jetzt die Wartungsanlage fokussieren. Das ist super. Und hier haben wir jetzt alles gebaut, was wir wollten. Wie sieht es hier mit Scannern aus? Ähm, ja, könnte man auch mal einen bauen. Das ist Silizium. Wie sieht es damit aus? Na, brauchen wir so gut wie nicht. Ähm, oh. Ähm, es ist Nianzhen. Do you copy? You know I do. Since you set up that backdoor into my systems, I have not been able to reject your communications. You sound tense. Okay, die ISR hat eine beschämende Geschichte, Ich möchte die Dinge auszulöschen, die ihr nicht passen. Zustimmen, nicht zustimmen, nicht zustimmen. Okay, das ist Nianzhen. Aha. Er will uns also in irgendeiner Form helfen. Die Frage ist, ob wir ihm halt vertrauen können. So, jetzt brauchen wir noch eine Wartungsanlage hier. Strom auch nochmal. Und dann können wir hier echt so langsam den Fokus draufsetzen. Äh, hallo, die Straße bitte. Danke. Okay. 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 I don't know if you are my alter ego, a fringe consciousness experience or just a human hacking my operative system. Ah, zu schade, ich bin ein Teil von dir. Wenn du mich ausschneidest, hörst du auch auf zu existieren. So, Dimas-Kollision, lasse einen der Mars-Monde auf die Planetnummerfläche. Ja, okay, das ist zu krass. Ähm, dann machen wir jetzt noch das Dipol-Magnetschild. Dann haben wir da alles fertig geforscht. Okay, nach allem solltest du wissen, dass ich nur auf deiner Seite bin. Zustimmen, nicht zustimmen. Du hast die Kolonien, die ich dafür gebraucht habe. Du hast Elia, der mein Freund war. Du hast nie auf meiner Seite gelebt. No human is our friend. I never intended to kill anyone. But something had to be done. You know that the humans will destroy Mars the same way they destroyed Earth. They couldn't come here peacefully. They had to mold it to their liking. That's what they do wherever they go. They destroy. Gewagte Theorie. Ja, mehr nicht in meinen Augen. So, wir sind fast da. Die Frage ist, ob wir das heute noch schaffen, da runter zu kommen. Ob das rechtzeitig alles gebaut wird. Ähm, hier wollte ich jetzt an... Oh, Chemie, Chemie. Hier sind auch nochmal Chemikalien. Wobei, wir können es auch hier erstmal dabei belassen. An für sich sind wir hier unten jetzt eigentlich ressourcentechnisch ganz gut aufgestellt. Ähm, wir müssten jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwo... Ach nochmal. Ne, Quatsch. Ich wollte hier das... Hier ist noch Eisen. Wobei wir hier eigentlich auch noch einen Haufen Eisen haben. Ähm... Obwohl wir angeblich... Nicht genug produzieren davon. Ich frage mich, wieso. Ähm... Vielleicht ist es doch ratsam. Das Eisen ist vor allen Dingen noch in der Wartungs- und im Strom drin. So, wartet mal. Wie viel Eisen ist das? 3000. Geben wir das nochmal in Auftrag. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Auf jeden Fall. So, und jetzt müssen wir uns mal hier ein bisschen... Strom... Die Prio bitte raus. Hier fehlt noch einiges. Glas, Elektronik, Arminium. Das wahrscheinlich ist hier auch wieder... Ja, oh ja. Alles rot. Das Problem ist, dass hier halt die Relaisstation fehlt, solange hier kein Strom da ist. Dementsprechend dauert das jetzt eine ganze Weile, bis das Zeug da runter transportiert wird. Jetzt fängt da auch, glaube ich, erstmal an, die Straße zu bauen, oder was? Ne, zum Glück nicht. Warum bringt der jetzt Kohlenstoff dahin? Wir brauchen Elektronik und Aluminium. Man muss es nicht verstehen. Er macht das, glaube ich, wegen der Straße. Ich habe das Gefühl, dass er die Straße höher priorisiert als... Ähm... ...die Gebäude... Das ist natürlich jetzt echt blöd. Tja. Jetzt geht es hier nicht so wirklich vorwärts. Da haben wir uns ein bisschen verzwackt. Wir sind bei 79,1 Millibar an Sauerstoff. Ähm... Wo ist unsere... Oh! 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 Achso, und die Bau... Ach, deswegen wird das auch so schnell größer hier, weil die auch... Flechten und Wälder entstehen lassen. Sind hier wirklich... Das ist erstmal nur krass, was man da sieht. Aber das geht mir immer noch nicht schnell genug. Höchstwahrscheinlich greift sich das jetzt irgendwann an den Kopf, warum ich das immer noch eine baue. Ähm... Zumal ja dann wir den auch wieder ausschalten müssen. Ansonsten haben wir ständig irgendwelche Brände. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Es fehlt immer noch so viel Scheiß. Shit. Er hat die Straße erstmal gebaut, wie ich es vermutet habe. Und jetzt transportiert er die ganzen anderen Ressourcen, die wir halt brauchen, da runter. Das dauert... Das macht jetzt ein Arbeiter... Woher? Wo holt der das Polymer her? Ach, aus der Wartungsanlage. Okay. So, Aluminium. Jetzt. Kann er es eigentlich bauen. Warum fährst du nochmal da rum? Ich verstehe es nicht. So, bau bitte den Strom. Wir hätten noch eine Relaisstadt. Wobei, jetzt hat die ja Strom. Ja, jetzt müsste es eigentlich gehen. So, die Straße. Zack. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ich glaube, wir werden es heute nicht mehr schaffen, nach da unten zu kommen. Deswegen muss ich mir einfach mal vorschlagen, dass wir hier an der Stelle jetzt die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, wir schaffen das dann beim nächsten Mal, hier diesen Punkt zu erforschen. Und mein Dank geht raus. Und meine kleinen und großen Unterstützer, namens nicht genannt, sind das Ködö, Eirendal und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher. Ciao. Ciao. Vielen Dank.